Freunde, ich hab da was für euch. Vor knapp einem Monat habe ich ein Video hochgeladen, in dem ich euch angeboten habe, mir all eure Fragen zum Thema LG G6 und Galaxy S8 zu stellen. Jetzt habe ich also einige Zeit gesammelt und all diese Fragen werde ich in diesem Video beantworten. Bedeutet, wenn du eine Frage gestellt hast, dann wirst du in diesem Video auftauchen, beziehungsweise ich werde diese Frage beantworten. Und falls nicht, dann wirst du eventuell eine Menge über das LG G6 und das Galaxy S8 lernen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht großartig was vorbereitet. Bedeutet, ich habe mir die Fragen mal kurz angeschaut und wir werden die nacheinander durchgehen. Ich weiß aber nicht, wie lange das Video werden wird. Deswegen macht ihr vielleicht mal Pause, holt euch, ich weiß nicht, irgendwie eine Flasche zu trinken, holt euch was zu essen, zieht die Freundin auf den Schoß oder die Nachbarin rüber, holt euch Chips, was auch immer und dann setzt ihr euch ganz gemütlich zurück und dann hört euch das einfach alles an. Okay, die Fragen habe ich hier drauf und ich würde sagen, wir starten direkt mal und zwar ganz unten. Die zwei Phones, das G6 und das S8, die liegen hier. Bedeutet, ich werde dann im besten Fall einfach mal rüberschalten, das werdet ihr aber sehen. Okay, wir starten. Erster. Super Frage. Okay, die erste Frage ist also weg, so schnell geht das. Welches Gerät wirst du selber eher nehmen, S8 oder G6? Das ist eine ziemlich, ziemlich schwierige Frage und tatsächlich werde ich das sehr, sehr häufig gefragt, auch von Kollegen. Ich habe mich quasi schon entschieden, denn ich persönlich laufe mit dem LG G6 rum und das hat verschiedene Gründe. Erstens mag ich einfach das Format, es hat eine angenehme Breite, es hat trotzdem ein sehr hohes Display, es liegt gut in der Hand und was ich besonders gerne mag, das ist die Kamera. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Kamera-Fan und dieses Herumgespiele zwischen der normalen und der Weitwinkelkamera, das macht einfach unfassbar viel Spaß. Die Ergebnisse werden gut. Ich kann mir die dann auch ordentlich auf dem Display angucken, weil das schön ist, hat sehr natürliche Farben. Deswegen mag ich das Gesamtpaket tatsächlich ein bisschen lieber, auch weil ich finde, dass das Always-On-Display da nochmal besser umgesetzt wurde. Außerdem gibt es da den Knock-Code und es gibt einen super platzierten Fingerprint-Reader. Deswegen bin ich tatsächlich noch ein bisschen mehr Fan vom LG G6. Darunter kam die Frage, wie kann ich das LED-Benachrichtigungslicht einstellen beim LG G6? Das ist sehr einfach beantwortet, gar nicht, denn es gibt keine Benachrichtigungs-LED. Stattdessen setzt LG ja hier auf dieses Always-On-Display. Da sehe ich dann sowas wie die Uhrzeit. Ich sehe natürlich auch Wochentag und Datum. Ich sehe, wenn ich verpasste Benachrichtigungen habe. Ich fokussiere hier mal gerade. So, damit ihr das mal ein bisschen besser erkennt. So, also ich sehe dann, okay, wie viel Akku habe ich noch? Es ist eine Nachricht bei YouTube reingekommen. Ich habe gerade den Bitte-Nicht-Stören-Modus drin. Ich habe einen Screen-Tot aufgenommen. Natürlich sehe ich aber auch, wenn zum Beispiel eine E-Mail reinkommt. Ich werde bei allem einfach wirklich bei quasi jeder App benachrichtigt. Und das finde ich besser umgesetzt, als es beim S8 der Fall ist. Okay, der Ducky Vucic fragt. Ducky, falls ich das falsch ausspreche, wir kennen uns, wir weißt. Ist nicht böse gemeint. Das G6 ist breiter als das S8. Ist breiter nun besser? Hm, nö. Also erstmal finde ich, dass beide Phones gut in der Hand liegen. Aber tatsächlich finde ich persönlich, dass das G6 ein bisschen sicherer und nicht ganz so rutschig in der Hand liegt. Man kann das einfach durch diesen breiteren Rahmen, was gar nicht schlecht gemeint ist, besser und sicherer greifen. Deswegen finde ich nicht, dass breiter schlechter ist. Ist breiter besser? Für mich? Ja. Derzeit nutze ich das Samsung Galaxy S6. Würdest du mir zum S8 oder zum S8 Plus raten? Hm. Okay, du willst auf jeden Fall aufsteigen. Das wissen wir schon mal. Dann gibt es eigentlich noch zwei Dinge. Magst du lieber größere Phones? Magst du oder ist dir der Akku sehr wichtig? Dann greif zum S8 Plus, denn du hast mehr Display. Das ist tatsächlich im Alltag ein richtig, richtig entscheidender Unterschied ab und zu. Und der Akku, der ist wirklich bedeutend länger beim S8 Plus, als es beim S8 der Fall ist. Falls du den Fingerprint-Reader aber unbedingt nutzen möchtest, dann brauchst du beim S8 Plus schon die zweite Hand. Beim S8 kommst du da vielleicht mit ein bisschen Biegen und Brechen noch hin. Falls du den aber nicht nutzt, dann kannst du problemlos zum S8 Plus greifen. Okay. Geh endlich in den kleinen Wald und mach Fotos und Videos, was du mir noch schuldest. Ja, Kameravergleich kommt auf jeden Fall, aber nicht nur zwischen S8 und LG G6. Ich habe ja auch noch das XZ Premium hier, das kommt noch mit rein. Und dann warte ich, dass das HTC U11 endlich hier ankommt. Und dann kommt auch ein großer Kameravergleich. Eugen Fast. Hi, habe das S8 Plus. Ich habe meine Kontakte über das Samsung-Konto hinzugefügt. Die Kontakte werden mit dem Vornamen zuerst angezeigt. Wie kann ich jetzt ändern, dass das Ganze nach Nachnamen sortiert ist? Danke und Gruß. Klar, zeige ich dir natürlich sehr gerne. Dazu geht ihr am besten, so, so, das ist fokussiert, in die Kontakte. Alltag habe ich das, Kontakte. Und dann habt ihr oben rechts diese drei Punkte. Und wenn ihr da drauf klickt, dann könnt ihr auf Einstellung tippen. Und hier steht dann Sortieren nach. Und wenn ihr jetzt einfach auf Nachname klickt, dann ist das Ganze so sortiert, dass der Nachname zuerst erscheint und da dann alphabetisch die Sortierung da ist. Okay, haben wir auch das beantwortet? Ähm, ich glaube, das ist übrigens eine Frage, die sehr viele Leute haben. Auch ich werde das zumindest im Bekanntenkreis immer wieder gefragt. Ich persönlich sortiere das nach Vornamen, aber das hat hier ja nichts zu tun. Ähm, läuft das S8 in der Nacht flüssiger als draußen? Also wenn man zum Beispiel Pokémon Go spielt, äh, ja, tut es. Ich hätte jetzt total gerne irgendwas Witziges gesagt, aber mir ist spontan nichts eingefallen. Ähm, jojo. Welche Nachteile hat das neue Display-Format bei beiden? Ähm, da fallen mir spontan zwei ein. Ähm, einmal natürlich dadurch, dass es ein bisschen länger geraten ist, könnte es da Probleme bei der Einhandbedienung geben, wirklich oben in die Ecke zu kommen. Das ist natürlich bei 16 zu 9 in 16 zu 9 ein bisschen leichter zu erreichen. Ähm, das könnte also, könnte ein Problem sein. Das nächste, das ist die App-Skalierung, weil nicht wirklich alle Apps angepasst sind auf das Format. Aber das lässt sich zumindest bei Spielen und bei den meisten Apps so anpassen über die Software direkt. Deswegen, ähm, sehe ich darin jetzt nicht unbedingt ein Problem. Und ansonsten, ähm, fällt mir da spontan auch tatsächlich nicht viel ein. Ähm, nochmal die Frage, Julius Brems. Welches liegt besser in der Hand? Habe ich theoretisch schon beantwortet. Mir persönlich liegt das LG G6 sicherer in der Hand. Ähm, das S8 fühlt sich super an. Aber dadurch, dass es halt wirklich diesen sehr, sehr dünnen Rahmen an der Seite hat, kann man es nicht ganz so gut packen wie das G6. Hast du persönlich etwas vom Rotstich bei dem S8 bemerkt? Wie lange denkst du, wird das S8 up-to-date sein? Ähm, ja, es gab hier diesen rotes Display-Gate zum Samsung Galaxy S8, weil viele, viele ausgelieferte Displays einen starken Rotstich hatten. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch natürlich. Ist das jetzt da oder da? Irgendwo hier verlinke ich euch das. Ähm, da gab es nämlich eine Lösung, eine Übergangslösung. Ich persönlich habe davon absolut gar nichts gemerkt. Mein Panel war vollkommen in Ordnung. Äh, wie lange denke ich, wird das S8 up-to-date sein? Ähm, also die nächsten zwei Jahre, würde ich behaupten, gibt es da keine großartigen Probleme. Ähm, absolut genialer Prozessor, der ordentlich was kann. An sich auch genug RAM, die Display-Auflösung ist auch hoch. Ich weiß gar nicht, was man da viel machen soll. Die Kamera ist genial, das Display ist wirklich, wirklich stark. Man kann den Speicher erweitern, es ist wasserdicht. Ähm, das wird also auf jeden Fall noch ein bisschen was überdauern. Da würde ich mir keine großen Gedanken machen. Wow, LNV XS, Groß L, XCR. Hey, Fuchsfone, erstmal Lob an dich für die informativen und doch coolen Videos. Welches der beiden Geräte würdest du als pures Kamerasmartphone? Welche Kamera ist besser, macht mehr Spaß, etc. kaufen? Und welches ist besser, für draußen geeignet? Puh, da muss man tatsächlich ein bisschen unterscheiden, ähm, als pures Kamera. Welche Kamera ist besser? Ähm, wenn man das wirklich komplett runterbrechen muss auf Bildqualität, auf Autofokus, der natürlich auch immer eine, ähm, Rolle spielt, auf Schärfe, Dynamikumfang und so weiter, dann fällt mir das tatsächlich gar nicht so leicht. Das LG G6, das macht scharfe Bilder, sehr natürlich farbige Bilder, ist allerdings nicht so scharf wie das Galaxy S8. Dafür sind da die Farben gerne mal übersättigt. Und das meine ich nicht nur, wenn man das auf dem AMOLED-Panel anschaut, sondern auch so sind die Farben sehr, sehr stark. Ähm, was macht mehr Spaß? Ja, das ist für mich persönlich relativ einfach, weil einfach dieses Weitwinkelfeature genial ist. Da kann man einfach immer weitermachen. Äh, deswegen macht das für mich persönlich mehr Spaß, mit dem G6 rumzuspielen. Aber auch mit dem S8 macht es super Spaß, weil die Kamera einfach Bombe ist. Ähm, für draußen geeignet, ja, ähm, draußen bei gutem Licht sind wirklich beide Phones gut. Äh, ganz wichtiger Punkt vielleicht noch im schlechten Licht, da hat das S8 die Nase vor und das dürfte wahrscheinlich auch noch eine interessante Rolle spielen. Ähm, vermutlich gibt es das bessere Rundumpaket insgesamt beim S8, aber dieses Weitwinkelfeature oder diese verschiedenen, ähm, quadratischen Funktionen, die man bei der Kamera des LG G6 hat, da habe ich auch ein Video dazu gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen. Ähm, das macht schon tatsächlich sehr viel Spaß. Was hat mehr Speicher? Das G6 kommt mit 32 GB, das S8 mit 64 GB, aber beide lassen sich problemlos, ähm, erweitern und ihr könnt die Apps auch auf die Speicherkarte rüberziehen, deswegen, ähm, ähm, also ganz platt gesagt, das S8 hat mehr Speicher, aber beide lassen sich, ähm, im Speicher erweitern. Apfel 32, ist der Preis angemessen? An sich kann man da klar sagen, nein. Kein Smartphone muss heute 6, 7, 8, 9 oder sogar 1000 Euro kosten. Ähm, man bekommt auch für deutlich günstigeren Preis wirklich, wirklich gute Smartphones. Deswegen kann man ganz blöd sagen, nö, die Preise sind nicht gerechtfertigt. Wenn man jetzt aber wirklich in diesem Kosmos denkt, okay, es gibt da oben diese Phones, ähm, dann ist es immer noch zu teuer, aber man kann in etwa verstehen, warum das da eingeordnet ist. Ich persönlich bin trotzdem der Meinung, nein, das ist absolut überteuert. Das S8 oder lieber das S8 Plus habe ich an sich auch schon, ähm, vorhin erwähnt. Kamera ist bei beiden gleich. Die Akkuleistung ist beim S8 Plus besser. Ähm, das Feeling, ja, man kann das S8 besser in der Hand halten. Das ist wirklich Geschmackssache. Wenn du es ein bisschen größer haben möchtest und wenn du mehr Akkuleistung haben möchtest, dann das S8 Plus. Ansonsten greif gerne auch zum S8, spar dir ein paar Kröten und habt trotzdem sehr viel Spaß. Was ist robuster? Ist natürlich immer schwierig zu sagen. Das Ding kann blöd fallen und zack, zerspringt. Es sind 1000 Einzelteile. Blöd ausgerückt. Es kann aber auch fünfmal runterfallen und es sind nur Kratzer drin. Wenn man sich jetzt so die Tests bisher anguckt, ist das S8 deutlich anfälliger. Ja, dazu kommt dann noch, dass das AG-G6 diesen MS, diesen 8-2-1er Militärstandard hat. Das heißt, das wurde ein paar Mal fallen gelassen. Ähm, das soll das überlegen, überlegen, überleben, überleben, Verzeihung. Äh, draußen die Sonne, die kommt hier irgendwie durch den Kopf und macht mir so einen kleinen, äh, Sonnenstich oder so. Ich weiß auch nicht genau. Das S8 hat dann aber noch den Nachteil, dass die Displays eben beide zu dem Glas hinlaufen. Und das bedeutet, wenn es runterfällt, ist da die Chance größer, direkt auf das Display zu fallen, als es beim AG-G6 der Fall ist. Deswegen würde ich behaupten, AG-G6 robuster, aber man kann immer Pech haben. Max, ist der USB-Type-C Anschluss schnell oder so langsam wie beim Note 7? Ähm, der im Galaxy S8 dürfte ein bisschen schneller sein. als der im AG-G6, denn wenn ich da das richtig im Kopf habe, hat das S8 USB-Type-C 3.1 und das G6 3.0. Da würde ich jetzt aber nicht meine Hand für ins Feuer legen, das gucke ich auf jeden Fall gleich nochmal nach. Welches Handy hat das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis? Ja, schwierige Frage. Das, ähm, G6, das ist jetzt schon deutlich günstiger, ist aber wirklich ein gutes Paket. Und das kommt eher in die Richtung eines, wie ich behaupten würde, fairen Preises, eines Preises, das man verlangen sollte. Deswegen würde ich behaupten, ja, dass LG G6 hat das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, 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 ähm. Ähm, gibt es die S8-Geräte auch mit Dual-SIM in Deutschland? Ich finde da nichts. Ist eventuell ein Import zu empfehlen oder besser nicht? Hat da jemand Erfahrung mit dem Import von Handys? Nach Deutschland soll die Dual-SIM-Version so nicht kommen, aber in der Schweiz, glaube ich, werden sie bereits mit Dual-SIM verkauft. Ähm, da muss man aber dann immer ganz genau hinschauen, woher kommen diese Dual-SIM-Geräte? Das sind natürlich Importe, äh, und Import bedeutet immer, man hat eventuell andere Frequenzen und das, und andere Bänder, und das bedeutet, dass diese nicht unbedingt in Deutschland funktionieren. Deswegen, ah, wie heißt Digitec? Ich glaube, Digitec heißt der Händler in der Schweiz, der das jetzt schon hatte. Ähm, man haut dafür ungefähr 100 Euro mehr drauf als für die Single-SIM-Version. Ähm, deswegen, wenn ihr wirklich auf jeden Fall Dual-SIM braucht und es das S8 sein soll, dann guckt ganz genau hin, dass die richtigen Bänder verfügbar sind. Ähm, ja, zum Thema Import. Ich bin tatsächlich, ähm, sehr, sehr vorsichtig, was das betrifft, alleine wegen der Garantiebestimmung. Und wenn es dann mal ein Problem gibt, wo sendest du das ein? Und dann zieht sich das immer hin. Deswegen, ich bin persönlich kein großer Fan von Importieren, aber wenn es ganz genau dieses eine Gerät sein soll und das nur da und da gibt, dann macht das einfach. Aber bitte, bitte informiert euch. Es gibt da ganz, ganz viele, äh, Foren zu. Schaut da mal vorbei. Mich würde brennend... Hallo, Fuchs, Tobias B. Mich würde brennend interessieren, ob du über gute Kopfhörer einen Klangunterschied hören kannst, da das S8 dir einen besseren Vorverstärker haben soll. Ich habe tatsächlich mit vielen Kopfhörern on-ear, in-ear, äh, over-ear gehört. Mir persönlich ist da nicht großartigen Unterschied aufgefallen. Da sind entweder meine Ohren nicht gut genug oder vielleicht höre ich auch die falsche Musik. Ähm, wirklich große Unterschiede sind mir da persönlich nicht aufgefallen. Wie ist die Frontkamera des Galaxy S8? Ach, die alten schienen mir immer etwas milchig zu sein. Ähm, können wir ja mal testen. Ich persönlich mag die Frontkamera. Das Bild, was da rauskommt, ist schon wirklich anständig. Natürlich hat man immer diese Beauty-Filter, ähm, aber die kann man selbstverständlich auch stellen, wenn man das nicht braucht. Deswegen, ähm, die Kamera ist gut. Hallo, Frage, sind die Display-Ränder beim LG G6 an den Ecken wirklich ganz abgerundet oder wirken die eher abgeschnitten? Ganz liebe Grüße von AKA. Zeige ich euch. Ähm, sie sind tatsächlich, ähm, na, kam ran. Äh, so, gleich habe ich es. Jetzt dürfte man das sehen. Äh, sie sind wirklich ordentlich abgeschnitten. Jetzt seht ihr das. Aber nicht ganz so perfekt wie beim Galaxy S8. Auch das zeige ich euch mal ganz kurz. Ja, das wird jetzt natürlich, ja, das kann man mal gucken. Da sieht man, dass die ein bisschen feiner abgeschnitten sind, als es beim LG G6 der Fall ist. Ob das ein Problem ist, mich stört das nicht. Aber ich kann verstehen, wenn man so ein ästhetisches, so ein Fimmel klingt jetzt falsch, aber wenn man sehr darauf achtet, dann könnte einen das auf jeden Fall stören, ja. Ähm, hm, hm. Aber sie sind natürlich nicht so abgeschnitten, wie das in vielen Hands-On-Videos gesehen hat in Barcelona. Ähm, da hatten wir natürlich noch Pre-Production-Samples und da waren die Ecken wirklich abgeschnitten. So ist es natürlich nicht. Auch dazu habe ich euch ein Video gemacht. Könnt ihr euch irgendwo da oben anschauen. Technik bei mir. Einfach nur eine Frage. Wird es mein Leben verbessern, wenn ich eins dieser Handys kaufe? Also gibt es ein Feature, das eines dieser Handys wirklich besonders macht? In meinem Kopf war gerade direkt ein, auf gar keinen Fall, weil Smartphones, ähm, das Leben einfach nicht verbessern. Und dafür sind sie auch nicht da. Für ein besseres Leben gibt es dann wirklich so was wie, ähm, Freunde, Familie draußen rumlaufen und was erleben. Ein Smartphone wird da nicht großartig was machen können. Natürlich kann man da tolle Erinnerungen festhalten über die Kamera, aber ein Smartphone wird erstmal nicht euer Leben verbessern. Nein. Ähm, Features, die die Smartphones also besonders machen. Nö, wie gesagt, man kann wirklich sehr, sehr tolle Aufnahmen mittlerweile machen und dadurch Gedanken und Erinnerungen festhalten. Ähm, man kann Notfallnummern hinterlassen und eventuell auch Allergieinformationen und sowas. Das wird dann vielleicht ein bisschen leichter, wenn ihr einen Unfall habt und der Notarzt kommt und euer Handy durchsucht. Aber besser machen? Nö. Labe 20, Samsung Galaxy S8, S8 Plus. Kann man die Spiele auch im Vollbildmodus spielen, ohne den Game Launcher zu aktivieren? Ähm, das kommt immer ganz drauf an, wie sie programmiert und angepasst sind. Manche ja, manche nein. Ist der Fingerabdruck wirklich so schlecht beim S8? Das kommt ganz drauf an, was man unter S8 versteht. Ähm, der sitzt ja dort, dort oben und dass der nicht gut positioniert ist, darüber müssen wir auf gar keinen Fall streiten. Ähm, er funktioniert an sich aber gut. Das heißt, wenn ihr drauf seid, dann erkennt er euch gut, dann erkennt er euch zuverlässig und man kann damit das Telefon auf jeden Fall entsperren. Aber die Positionierung ist einfach nicht gut gelungen, beim S8 Plus noch weniger als beim S8. Aber so an sich funktioniert er schnell und zuverlässig. Ähm, er ist also nicht schlecht, aber schlecht positioniert. Bernhard Stangel hat einige Fragen. Welches der beiden Geräte hat den besseren Akku? Schwierig zu sagen. Ich bin momentan aber noch auf dem Trip, dass das Galaxy S8 ein bisschen schwächer ist. Bedeutet, beim G6 habe ich abends noch ein paar Prozent mehr. Kommt aber natürlich immer, das kennt ihr diese Standard-Aussage darauf an, wie ihr das verwendet. Bei mir ist es so, das G6 hat am Ende noch einen kleinen Zipfel mehr. Welche UI von welchem Gerät findest du innovativer? Innovativ ist nicht intuitiv. Du denkst wahrscheinlich wirklich an innovativ. Ähm, sehr, sehr schwierige Frage. Innovativ, was ich zum Beispiel unfassbar gerne mag, was so ein ganz, ganz leichter Punkt ist, ist, dass man beim S8 hoch- und runterwischen muss oder kann, um ins Menü zu kommen. Das ist super einfach. Ich weiß nicht, warum da nicht jeder schon draufgekommen ist. Deswegen, das könnte man vielleicht als innovativ betiteln. Ähm, ansonsten gibt es natürlich so Dinger wie, ich zeige euch ganz kurz den Knock-Code. Das Telefon, also, so, was ist denn hier los? Ähm, das Telefon aufwecken, indem man zweimal auf das Telefon klopft. Das kann das Galaxy S8 nicht. Das ist auf gar keinen Fall was Neues, aber das ist eine super Sache, um im Alltag das Telefon aufzuwecken. Und dann kann man das ja noch mit seinem Knock-Code sperren. Das ist gewissermaßen innovativ. Verzeihung. Ähm, und ansonsten sind so Dinger wie ein Schnellstart für eine Kamera. Das geht beim LG G6, wenn man zweimal auf die Leiser-Taste drückt. Und beim Galaxy S8, wenn man zweimal auf den Home-Button drückt. Das ist auch gewissermaßen innovativ. Ansonsten, ähm, ja, möchte man Iris-Scanner innovativ nehmen. Schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Ist das Display bei beiden hell genug, um es auch noch in der Sonne ablesen zu können? Ja. Ähm, hauptsächlich dann, wenn ihr die automatische Helligkeitsregulierung einschaltet, dann gibt es nämlich nochmal so einen Extra-Boost in der Sonne. Aber da kann man ganz klar sagen, das S8 hat das hellere Display. Nicht nur eben in dieser Sonneneinstrahlung, sondern auch allgemein im Alltag. Das S8 ist deutlich heller. Tatsächlich ist das auch einer der wenigen Kritikpunkte, die ich am LG G6 habe. Ich mache das Ding wirklich richtig gerne, aber das Display, das muss einfach ein bisschen heller werden. Welches Gerät hat die bessere, ausführlichere Kamera-App? Naja, besser und ausführlich, das ist natürlich immer eine schwierige Sache. Also, beim LG G6 kann man mehr einstellen. Das auf jeden Fall. Man kann zwischen dem Weitwinkel und dem normalen Winkel umherspringen. Man hat dann diese ganzen quadratischen Modi, was eben durch diese 18 zu 9 oder 2 zu 1 Formatsache eingebastelt wurde. Man hat natürlich verschiedene Filter, man hat verschiedene Modi. Was mir beim S8 gut gefällt, ist, dass da die Steuerung ein bisschen leichter ist. Man zieht nach links, um rein und raus zu zoomen. Das ist absolut super. Man wischt von links nach rechts, um die verschiedenen Modi aufzurufen. Dafür drückt man dann beim LG G6 eine andere Taste. Von rechts nach links, um in die verschiedenen Filter zu kommen. Bedeutet, ich würde wirklich sagen, dass ausführlicher ist die App vom G6, aber ein bisschen, was hast du gefragt, besser ist sie wahrscheinlich beim Galaxy S8. Wie sieht es mit Kratzern bei dem G6 aus, da es hier nur Gorilla Glass 3 auf der Front hat? Können wir uns hier ganz einfach mal anschauen. Dazu muss ich sagen, dass ich die vorinstallierte Folie noch drauf habe. Deswegen wird mein Display noch ganz, ganz ordentlich aussehen. Einige Kollegen haben mir gesagt, dass das Display oder die Qualität des Displays noch mal ein bisschen besser wird, wenn man diese Folie abmacht. Ich persönlich habe sie aber drauf, weil ich das Display so mag. Die Helligkeit wird nicht unfassbar beeinträchtigt durch die Folie. Und ich habe einfach schon einen vorinstallierten Schutz. Deswegen bleibt bei mir die Hülle auf jeden Fall drauf. Welches Gerät bevorzugst? Ah, sind die Edges beim S8 störend? Mich stören sie im Alltag nicht, auch weil die, ja, so ein Handballen wird gut erkannt oder andere Finger werden gut erkannt. Das heißt, man kann das halten und trotzdem tippen, ohne dass irgendwelche versehentlichen Eingaben getätigt werden. Es lässt sich halt nicht ganz so sicher greifen, aber ansonsten störend, nee, würde ich nicht behaupten. Welches Gerät bevorzugst du? Haben wir, glaube ich, auch schon gesagt. Bei mir liegt das G6 dann noch ein bisschen vorne im Alltag. Sehr coole Fragen. Fetlind R. Ist Wireless Charge auf dem G6 durch die europäische Softwareversion blockiert oder die Technik nicht einverbaut? Soweit ich das weiß, wurde das einfach nicht verbaut. Letzten Endes ist es, glaube ich, nur so eine kleine Spule oder sowas. Aber wenn ich richtig informiert bin, ist es einfach nicht verbaut bei uns. Das bedeutet, man kann da auch nicht über die Software noch irgendwas tricksen, leider. Wie sieht es performance-technisch aus? Merkt man den Unterschied der Prozessor-Generation oder eher nicht? Und was denkst du, wie es damit in zwei Jahren aussieht? Und was denkst du von der Grafikkarte? Kann die dieses Jahr noch mithalten? Fließend gestaltet. Lohnt sich ein Wechsel auf ein 2017-Flaggschiff? Dadurch, dass sie den 821er verbaut haben, sagen sie ja eigentlich aus, dass der Unterschied, was die Power angeht, nicht so groß ist, dass man wechseln muss. Okay, viele Fragen. Wir fangen ganz vorne an. Performance-technisch sind beide von uns wirklich gut. Beide von uns laufen wirklich flüssig. Aber wenn es ganz, ganz drauf ankommt, dann hat das S8 noch so ein ganz kleines bisschen die zuverlässigere Performance, weil es weniger, wenig, weniger kleine Ruckler gibt. Auch das G6 läuft flüssig, aber das S8 ist noch ein bisschen vorne. Merkt man den Unterschied der Prozessor-Generation oder eher nicht? Ich würde behaupten, das liegt hauptsächlich am Prozessor, deswegen denke ich schon ja. Und was denkst du, wie es damit in zwei Jahren aussieht? Da wird man mit dem S8, ich denke, das kann man so sagen, schon sicherer laufen. Und was denkst du von der Grafikkarte? Letztes Jahr hat die 530 von Qualcomm ja alles zerlegt, kann sich dieses Jahr noch mithalten. Alle Spiele, die ich je probiert habe, liefen flüssig. Auch so sieht alles gut aus, deswegen denke ich, dass es da keine großen Probleme gibt. Lohnt sich ein Wechsel auf ein 2017er Flaggschiff, wenn der 821er noch im G6 steckt? Es kommt natürlich immer darauf an, was du vorher hattest. Wie gesagt, das läuft wirklich gut, das ist ein tolles Phone. Wenn du jetzt von einem Moto G3 umsteigst, dann wird das natürlich eine Welt sein. Wenn du von einem iPhone 5 umsteigst, auch das wird ein anderes Erlebnis sein. Wenn du jetzt aber irgendwas aus 2016 hast und damit performantechnisch zufrieden bist, und auch mit den Features, dann gibt es gar keinen Grund zu wechseln. XXXXXXXX. Fuchs, du bist genial. Vielen Dank. Eine Frage, die nicht hierhin gehört. Ich suche eine App, die ich zum Beispiel 22 bis 7 Uhr einstellen kann, die mir in der Zeit Anrufe-SMS automatisch an die Mailbox weiterleitet, ohne das Display aufzuwecken. Einfach so, als ob kein Anruf passiert. Und morgens sehe ich durch die LED beim SD-Match, dass ein Anruf verpasst wurde. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich habe das jetzt mal mit reingenommen, dass ihr die zuschaut. Falls ihr eine Idee habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Mir persönlich fällt da nämlich nichts ein, aber ich denke, wenn wir so ein Frageding machen, dann können wir das natürlich alle zusammen ganz cool machen. Und wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Vielleicht kennt ihr ja so eine App. Was unterscheidet das LG G6 vom G5? Welches wäre für Preis-Leistung am besten zwischen G5, G6 und S8? Hat das G6 auch Anbauteile wie das G5? Nein, hat es nicht. Und das ist auch tatsächlich einer der Hauptunterschiede. Abgesehen von natürlich so Dingen wie der Kamera. Besteht das G6 jetzt aus Glas, vorne und hinten und einem Aluminiumrahmen. Das G5, das hatte dieses Aluminium-Uni-Buddy, wo aber dann unten der Slot drin war, wo man dann verschiedene Aufsätze, die LG Friends draufhauen konnte. Also Module in gewisser Maßen. Das geht beim G6 nicht und auch dafür gibt es keine Anbauteile. Der Akku beim G5 war quasi wechselbar. Das geht beim G6 jetzt nicht mehr. Insgesamt ist das G6 schon das deutlich bessere Phone, wenn du mich fragst. Das G5 meinte ein Kollege gestern, kostet immer noch 500 Euro. Deswegen würde ich persönlich da tatsächlich eher zum G6 oder zum S8 greifen. Preis-Leistungstechnisch bleibe ich dabei. Dürfte das G6 das bessere sein? S8 oder S8 Plus hat mittelgroße Hände. Kann man das S8 wirklich nur schwer mit einer Hand bedienen? Lohnt es sich vom S7 zum S8 zu wechseln? Was ist mittelgroß? Mit einer Hand schwer bedienen? Ja, schwieriger auf jeden Fall als zum Beispiel ein G6 oder ein S8. Aber es gibt natürlich so ein paar kleine Features. Du kannst das Display klein ziehen und dann kannst du das alles mit einer Hand problemlos bedienen. Du kannst insgesamt natürlich alles ein bisschen kleiner darstellen. Deswegen kann man das schon mit einer Hand auch bedienen, wenn man diese ganzen Features einsetzt. Und es gibt noch so ein Assistive-Touch-Feature. Guckt euch am besten meine Tipps und Tricks zum Galaxy S8, S8 Plus an. Darüber kann man dann auch alle wichtigen Sachen steuern. Lohnt es sich vom S7 zum S8 zu wechseln? Ganz wichtiger Satz dazu mal. Wenn ihr mit eurem Smartphone zufrieden seid, dann lohnt es sich prinzipiell nie zu wechseln. Nur weil was Neues da ist, bedeutet das nicht, dass das was ihr habt oder das Ältere irgendwie schlechter ist. Das ist eine vollkommen dumme Idee. Damit meine ich jetzt gar nicht dich, Benjamin Valenzon. Sondern allgemein einfach mal, weil es immer heißt, es ist was Neues da, muss ich mir das jetzt direkt kaufen. Abgesehen von dem ganzen Umweltaspekt ist das natürlich Schwachsinn. Wenn man zufrieden ist, dann braucht man sich nichts Neues zu kaufen. Wenn du mit deinem S7 aber unzufrieden bist, weil es das oder das nicht kann, dann kannst du natürlich immer umsteigen. Aber das S7 hat ein tolles Display, hat eine tolle Kamera, sieht gut aus, liegt gut in der Hand. So groß ist der Unterschied nicht, dass ich sagen würde, dass du da wechseln musst. Christoph Solberger. Wie und wann, denkst du, werden die Preise der zwei Handys runtergehen? Ist schon gut dabei. Vor allem das LG G6 ist jetzt glaube ich schon 150 Euro unter der UVP. Bedeutet, das geht relativ flott. Zahlt sich das S8 aus oder reicht dein S7 Edge? Ausgangshandy ist jetzt noch ein iPhone 5S. Kann was anderes auf den Bixby Button legen? Kommt auch beim S8 oder S7 Edge wieder darauf an, was du genau möchtest. So groß sind die Unterschiede dann nicht. Bedeutet, auch mit dem S7 Edge wirst du wahrscheinlich sehr zufrieden sein. Wenn jetzt aber das S8 irgendwelche Features haben sollte, die du unbedingt brauchst, zum Beispiel einen Bixby Button, den ich tatsächlich als sehr überflüssig sehe, dann greift zum S8. Aber wenn du vom iPhone 5S kommst, dann wirst du auch mit dem Galaxy S7 Edge sehr happy werden. Kann man was anderes auf den Bixby Button legen? Hier kommt immer so ein bisschen darauf an, wie Samsung da Lust drauf hat. Es gab ziemlich, ziemlich schnell am Anfang eine Möglichkeit dazu, habe ich auch ein Video gemacht, alles das auf die Taste zu legen, was man möchte. Das hat Samsung mitbekommen und zack, hat sie diesen Weg gesperrt. Dann gab es eine neue Möglichkeit und ich glaube, die ist momentan auch noch möglich. Das heißt, mit ein paar Kniffen geht das schon. Und ja, dann ist das schon eine ziemlich coole Sache, wenn man da wirklich drauflegen kann, was man möchte. Danke, Daumen hoch, vielen Dank. Ah, okay. A-K-D-A-M. A-K-D-A-M. Was suchst du mehr empfehlen, G6 oder S8? Kommt immer darauf an, was ihr möchtet. Ich persönlich bevorzuge das G6. Aber ich kann es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Das S8 sieht super genial aus, hat ein geniales Display, hat eine geniale Kamera. Das LG G6 hat eine gute Kamera, eine sehr gute Kamera, mit der man ein bisschen spielen kann. Hat ein sehr natürliches und auch gutes Display und ist außerdem noch ein bisschen günstiger und ist theoretisch auch robuster. Beide sind wasserdicht. Beide kommen mit USB Type-C und einem Kopfhöreranschluss. Beide kommen mit anständigen Frontkameras, wobei das S8 da wohl noch ein bisschen weiter vorne ist. Dafür ist das G6 aber eine Frontkamera mit größerem Winkel. Das heißt, man kann all seine Freunde mit dazunehmen. Kommt immer darauf an, was dann eure Vorlieben sind. Rebell Nebulus. Welches der beiden hat das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis? Hat LG das mit dem Fullscreen-Mode überhaupt gemacht? Das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis haben wir jetzt schon öfter gehört. Hat das G6, wenn ihr mich fragt. Und ja, man kann alle Apps einzeln, wenn man möchte, anpassen. Soll das 16 zu 9, 17 zu 9 oder 18 zu 9 sein? Ganz einfach in den Einstellungen geht das. Kyoshu, schenkst du mir das Galaxy S8? Klar, schenkst du mir eine C-Klasse. Schenk mir was, ich schenk dir was. Mega-Lawin. Frage zu S8. Was ist das Neue am Game-Tool Game-Launcher? Frage zu G6. Wenn man während Film zu weit Winkelkamera wechselt, wird es nicht als Zeitlupe gefilmt. Okay, zu Frage 1. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, ob es da großartige Änderungen gibt. Aber man kann natürlich alle Apps an 18 zu 9 anpassen. Sonst fällt mir da gerade nicht viel ein. Die Frage zu G6 habe ich ehrlich gesagt nicht genau verstanden. Wenn man während Film zu weit Winkelkamera wechselt, wird es nicht als Zeitlupe gefilmt. Ne, Zeitlupe hat da gar nichts zu tun. Und ja, wenn ihr filmt, könnt ihr während des Filmvorgangs wechseln zwischen Normalkamera und weit Winkelkamera. Das sieht schon ziemlich cool aus. Da ist auch kein großartiger Zucker oder Rohklau drin. Das geht ganz problemlos. Samuel Bär, mein Bixby-Knopf, funktioniert nicht immer. Eher selten. Bixby muss immer starten, egal was ich gerade sage. Ja, tatsächlich, ganz egal in welcher App du gerade bist. Wenn du Bixby drückst, dann sollte da eigentlich das Fenster kommen. Keine Ahnung, was bei dir los ist. Ich kann dir da nur den Standard-Tipp geben. Guck mal, ob du alle Updates hast. Und wenn nicht, dann installiere sie. Und ansonsten ausschalten, einschalten. Ich weiß, das klingt immer total blöd, wenn ich euch das sage, aber das hilft einfach total oft. Wenn du das alles schon gemacht hast, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Wenn dich das sehr, sehr stört, dann ruf mal deinen Händler an und sag, jo, hier klappt nicht alles. Was kann ich da machen? Und dann haben die vielleicht noch eine Idee. Holger Heuss. Hallo Fuchs, wie immer ein guter Beitrag, aber du bist schon relativ spät dran. In den meisten internationalen Blogs liegt das S8 von Samsung in fast allen Kategorien vorn. Mich würde mal interessieren, wie die Akkulaufzeit in einer von deinen legendären Tests gegenüber dem LG G6 abschneiden würde. In meinen Augen sind beide Geräte richtig gut. Ich würde sagen, dass nach dem S8 knapp dahinter das G6 folgt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was international los ist. Und auch national weiß ich gerade nicht so gut, wie die Phones abgeschnitten haben, weil ich das mittlerweile gar nicht mehr so sehr verfolge, weil ich immer denke, dass man sich davon so ein bisschen beeinflussen lässt. Deswegen gucke ich mir gar nicht so sehr an, was andere machen. Ich persönlich würde aber nicht unbedingt sagen, dass das S8 überall die Nase eindeutig vorne hat. Akkutests. Ja, ich habe bereits einen Akkutest gemacht. Wie schnell werden die Geräte aufgeladen? Im direkten Vergleich, da habe ich die wichtigsten Flaggschiffe, die ich gerade da hatte, genommen. Das mit dem, wie schnell geht der Akkut leer? Das ist noch eine andere Sache. Das ist immer unfassbar zeitaufwendig. Kann ich noch nicht versprechen, dass ich das schaffe. Und wenn ich das vorhabe, dann suche ich wirklich quasi alle wichtigen Flaggschiffe raus. Das heißt, ich warte da auf jeden Fall auch noch auf das HTC. Ich kann es euch nicht versprechen, weil der Aufwand tatsächlich sehr, sehr ekelhaft groß ist. Aber wenn, dann werdet ihr es auf jeden Fall erfahren. Also, schön alle dranbleiben und zugucken. Jonas Kops. Was denkst du, wie viel die beiden Geräte im August kosten werden? Weil ich habe vor dem August das S8 Plus. Ich hatte es schon mal in der Hand und liebe es zu kaufen. Aber wenn das LG G6 da schon relativ günstig ist, könnte es interessant sein, da es bis jetzt schon teilweise für 700 angeboten wird. Ja. Ich versuche immer wieder in die Zukunft zu schauen. Klappt leider nicht so oft. Unter 700 sind sie jetzt eh schon. Also auf jeden Fall das G6. Schwierig zu sagen. Auf jeden Fall geht da noch was. Und vielleicht... Also... Das ist so schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, ob noch irgendwelche Aktionen kommt. Es wird auf jeden Fall günstiger, aber ich will dir jetzt keinen Preis nennen, weil der kann vollkommen daneben gehen. So. Schnellen Schluck getrunken. Play 7 Gamer. Welches Handy reagiert schneller auf Apps? Das ist auch eine sehr, sehr allgemein gehaltene Frage. Super Sache. Ich habe einen Speedtest gemacht. G6 gegen XZ Premium geben. S8 gegen iPhone 7 Plus. Schaut euch das einfach an. Michael Schulte. Wie sieht es denn mit der Alltagstauglichkeit beider Handys ohne Case aus? Ich meine, wie rutschig sind die Handys? Wie kratzer anfällig sind Front und Rückseite? Das G6 liegt meiner Meinung nach besser in der Hand. Habt ihr schon gehört? Kratzer habe ich bisher tatsächlich... Nicht allzu viel und das wundert mich. Das soll nicht heißen, dass beide Geräte sehr kratzerunempfindlich sind, aber ich nutze meine Smartphones immer ohne Case und tatsächlich sehen beide bisher noch ziemlich, ziemlich gut aus. Mr. Champs Bond 007. Meine Frage weicht ein bisschen ab, aber würde gerne wissen, welche Größe du nehmen würdest vom S8, S8 oder S8 Plus. Weißt du mittlerweile schon. Domi Domi. Lohnt es sich? Jo. Wat von beiden? Ich mag beide sehr gerne. Wenn du eh Geld zu viel hast, wenn du zu einem Vertrag kommst. Jo. Schwierig zu sagen. Stellt da bitte die Fragen ein bisschen genauer, dass ich euch genau sagen kann, was ihr wissen möchtet. Albana Nummer 1. Ich habe eine Frage zum S8, und zwar, ob es Infrarot hat. Ne, hat es nicht. Peter Leitgen. Nice wäre zum Beispiel die kommende Preisentwicklung zu wissen, also welches Smartphone eher im Preis sinken wird, aber das ist leider eher Spekulation. Ja, das G6 ist schon deutlich gesunken, deutlich schneller auch, aber wo das hingeht, keine Ahnung. Ein guter Akkuvergleich. Welcher Akku hält länger und die Ladezeiten? Ladezeiten kennt ihr schon. Akku, Durchhaltevermögen, kann ich euch noch nicht sagen. Dann ein Kameratest. Welches Smartphone macht die bessere Aufnahme, auch wenn es hier zwei verschiedene Konzepte gibt? Komm. Klaus Weber. Multimedia. Sprich, wie viele Apps kann man öffnen und im Hintergrund offen haben, ohne Probleme zu bekommen? Tatsächlich werden Apps einfach irgendwann quasi auf Pause gestellt, wenn sie im Hintergrund geöffnet sind. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, aber funktioniert auf jeden Fall bei beiden gut. Vielleicht hilft euch auch da der Speedtestvergleich, den ich gemacht habe. Probleme, wie gesagt, gibt es da nicht großartig, egal wie viele es sind, weil die, die eh nicht genutzt werden, zurückgestellt werden. Tim Burkhardt. Hat das LG G6 und Galaxy S8 einen Handschuhmodus? Wenn ich mich recht erinnere, haben das beide. Das müsste ich jetzt aber tatsächlich mal nachschauen. So, gehen wir mal in die Einstellung. Die kann man ja zum Glück durchsuchen. Oh, gute Frage. Finde ich gerade tatsächlich auf die Schnelle nicht. Beim S8. Ganz kurz mal ins G6 geschaut. Esst einfach kurz was in der Zwischenzeit oder so. Ich habe das dann gleich. Auch hier mal kurz nach Handschuhen suchen. Findet der auch nichts. Mal kurz durchgehen. Lasst es euch schmecken. Trinkt mal ein Schlückchen. Hm, finde ich hier tatsächlich gerade auch noch nicht. Finde ich gerade tatsächlich bei beiden nicht. Tim Burkhardt. Welches Handy würdest du dir privat selber kaufen, wenn du es aussuchen könntest, das S8 oder das G6? Ja, ich habe mich für das G6 entschieden. Tobi P. Wie ist bei deinem G6 die Vibration, wenn du zum Beispiel auf die Navigationsleiste eine Taste klickst, bei mir klingt dann die Vibration relativ bescheiden, habe ich tatsächlich gar keine Probleme mit. Bei mir ist da alles in Ordnung. Boah, Airset? Airset, ich weiß es nicht. Da das LG G6 bei uns ja nur ohne Quad DAC erhältlich ist. Welches der beiden Kopfhörer klingt mit ein und denselben Kopfhörern besser? Tatsächlich habe ich das mit den AKG-Kopfhörern von Samsung ausprobiert und mit einigen anderen. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, wirklich große Unterschiede sind mir da tatsächlich nicht aufgefallen. Und zweitens, mit welchem werden Internetseiten sowohl mobil als auch in einem WLAN-Netz schneller geladen? Da habe ich tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Mal war das S8 vorne, mal das G6. Kommt natürlich auch immer auf den Browser an. Und wie gerade die Netzanbindung ist, würde ich tatsächlich so nicht viel zu sagen wollen, weil ich keinen großen Unterschied gesehen habe. Zum Abschluss des Videos wäre vielleicht noch ein Drop-Test-Vergleich wünschen. Wirst du wert? Auf gar keinen Fall. AI Gamer Schröder XD. Findest du das S8 besser als das S7 Edge? Und wenn ja, warum? Meine Meinung ist, das S8 hat Samsung nicht gut hinbekommen. Gegenfrage, warum hat es das S8 nicht hinbekommen? Schreibt mir das mal unten rein. Das interessiert mich ziemlich. Übrigens auch von allen anderen. Wenn ihr was zu kritisieren habt an beiden Fonds, dann schreibt mir das gerne unten rein. Vielleicht gibt es da immer so ein paar Punkte, die ich gar nicht mehr bedenke, weil ich zu tief in diesem Smartphone-Ding bin. Lass mich das also gerne wissen. S8 besser als S7 Edge. Die Ränder fühlen sich nicht ganz so scharf an wie beim S7 Edge. Beim S7 Edge ist das Display hinten nicht so sehr gebogen. Deswegen liegt das S8 besser in der Hand. Die Frontkamera ist beim S8 besser. Display, allgemeine Kamera, kein großer Unterschied. Das Format ist natürlich beim S8 schicker. Ansonsten, wie gesagt, wenn man sich entscheiden müsste, dann würde ich da wahrscheinlich immer noch zum S7 Edge greifen. Und wenn ihr den S7 Edge habt, dann würde ich nicht upgraden. Moritz Horsch, zum LG G6 bin ich blind oder hat das Teil keine Übersicht aller Apps? Beziehungsweise muss man die also alle auf einem Homescreen haben? Keine Sorge, das lässt sich ganz einfach einstellen. Denn, wie du siehst, hier unten habe ich auch mein Menü-Button. Guck dir mein Tipps- und Tricks-Video an, da findest du alles. Sind Handy noch in oder out? Äh, naja, ich denke, jeder hat sein Smartphone immer dabei. Man ist immer erreichbar. Ich glaube, das Smartphone ist sowas wie, jetzt müsste mir ein cooler Vergleich einfallen, wie die Röhrenjeans der 80er oder sowas. Sie sind überall. Deswegen, ähm, sie sind schon noch ziemlich in. Alchemy Souls. Wann wird das S8 billiger? Äh, von Zeit zu Zeit immer mehr. In einem halben Jahr deutlich mehr als jetzt. In einem Jahr noch mehr wahrscheinlich. Ähm, schwierig zu sagen. Oh, Donald Duck. Äh, Fusch Pohone. Ich habe eine Frage beim Samsung Galaxy S8. Welche Farbe soll ich nehmen? Ähm, weil ich möchte eine Farbe, die keine Fingerabdrücke hinterlässt. Ähm, die einzige Farbe, bei der du keine Fingerabdrücke sehen wirst, wird weiß sein. Bekommt das LG G6-Schnellfingerabdrücke? Auch Donald Duck. Ähm, kommt auch wieder auf die Farbe an. Tatsächlich bei Titanium, Ice Plutinum, so heißt das, sieht man sie nicht so gut. Bei weiß sieht man sie prinzipiell fast nie. Bei schwarz dafür schon. Ähm, alles, was irgendwie eine Glasrückseite hat, wird immer Fingerabdrücke anfangen. Pascal Männer. Mich würde interessieren, ob man beim G6 Apps auf die externe SD-Karte auslagern kann. Ja, kann man absolut gar kein Problem. Du gehst einfach in die Einstellung, gehst zu Apps, ähm, und da kannst du dann deine App auswählen und dort dann als, den Speicherplatz auswählen, unten als vierten Punkt oder so. Gar kein Problem. Unterschiede bei der Performance, ja, wenn du dir eine lahme, ähm, ganz, ganz lahme Karte der falschen Klasse nimmst, dann hast du natürlich eine langsame Performance und dann kann es auch sein, dass du gar kein 4K aufnehmen kannst oder Bilder ewig brauchen, die sie in der, ähm, Galerie angezeigt oder gespeichert werden können. Deswegen guck am besten, dass du da eine ordentliche Karte, ähm, reinhaust. Klasse 10 sollte das schon sein. Ich hau euch einfach mal ein in die Beschreibung, schaut euch die an, damit habt ihr gar keine Probleme. Gibt es beim G6 auch die Möglichkeit der Einhandbedienung, ähnlich der Funktionen vom P10 und dem S8, in denen das Bildschirm verkleinert wird? Ähm, ne, tatsächlich, habe ich danach auch schon mal gesucht und eine Einhandbedienung gibt es so scheinbar nicht. Wie viele Fingerabdrücke kann man beim S8 und G6 speichern? Es dürften jeweils 5 sein, dann checke ich euch aber kurz. Äh, Gerätesicherheit, Fingerabweite. Ähm, 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 einen weiteren Fingerabdruck hinzufügen. Ne, möchten wir jetzt mal nicht. Okay, es wird mir jetzt gerade nicht angezeigt. Es dürften 4 oder 5 sein. Und beim LG G6, mal schauen, ob es da angezeigt wird. Finger 1, ah, 4 habe ich drin. Ich kann auf jeden Fall noch einen. So, und nach 5 ist Schluss. Also, 5. Goku Son, guter Mann. Ähm, viele meinen, dass S8 Launcher, also im Menü Ruckler oder Verzögerung entstehen. Stimmt das? Äh, hatte ich noch nie. Tatsächlich läuft der App-Draw oder der Launcher sehr, sehr flüssig. Ähm, ne, ne, ne. Ruckler gibt es da bei mir nicht. Welches ist mein Favoritfuchs? fragt der Oliver. G6. Ich würde gerne mehr über den Akku vom S8 versus G6 wissen. Ja, ähm, habe ich schon ein bisschen gesagt. Das G6 hält bei mir ein bisschen länger im Alltag. Da ist abends dann mehr noch an Kapazität da. Zum Aufladen habe ich euch einen Video-Vergleich gemacht mit wirklich allen Steps. Ähm, schaut euch den auf jeden Fall an. Wenn ihr mehr über den Akku wissen möchtet. Tmark56. Was ist dir lieber? Die bessere Kamera, das S8 oder die zwei Kameras, das G6? Zwei Kameras, das G6. Einfach nur, weil das super cool aussieht. Und die Qualität gut ist. MP Dericlo. Welche Kameras besser? Lumia 950, S8 oder G6? Ähm, was heißt besser? Das Lumia 950 hatte eine geniale Kamera. Damit habe ich jetzt aber seit Jahren nicht rumgespielt und es ist auch nicht miteinander verglichen. Deswegen kann ich euch das tatsächlich nicht sagen. Ähm, und zum S8 oder G6 habe ich ja schon viel gesagt. Reicht der Akku vom S8, weil das ein 5,8 Zoll Display hat? Fragt Fishburn, sein Vater, und einen 3000 mAh, also relativ klein ist. Samsung meinte doch, dass der Prozessor 20% weniger Akku verschwendet. Bin gespannt, ob es stimmt. Puh, so ohne Komma ist das immer schwierig. Ähm, ja, man kommt durch den Tag, abends muss es dann ans Ladegerät oder nachts. Deswegen reicht das, ja oder nein, wenn es dir reicht. durch den Tag zu kommen, dann ja. Welches Handy ist robuster? Ähm, G6, hatten wir schon. Wie würdest du den jeweiligen Wertverlust dieser beiden Smartphones einschätzen? Tatsächlich würde ich jetzt denken, dass man für das S8 dann doch mehr bekommt, wenn man es wieder verkauft. Welches ist günstiger in der Reparatur? Das dürfte das G6 sein, weil diese abgerundeten Displays ein Stückchen teuer sein dürften. Ladet das S8 oder das G6 schneller? Akkuvergleichsvideo gucken. Welcher Fingerabdrucksensor ist besser zu erreichen? Auf jeden Fall G6. Lässt sich beim S8 die Kamera auch aus dem Standby öffnen? Direkt wie beim S7? Doppelklick auf den Homebutton. Nein, aber Doppelklick auf die Ein-Aus-Power-Taste. Ähm, so, ich glaube, wir sind bald mal durch. Das LG G6 hätte das Potenzial dazu gehabt, richtig gut verkauft zu werden, wenn da nur nicht die kernbehinderte Vermarktung sein würde. Ich zitiere das hier nur. Ähm, auf jeden Markt ist das G6 nicht vollständig, zum Beispiel kein kabellos Laden. Ähm, außerdem kenne ich niemanden, der sich das G6 kauft, wenn das S8 nur 50 Franken mehr kostet. Ein Schweizer also. Also, wundervollen guten Tag. Ähm, ja, keine Frage. Es ist keine Frage und ja, keine Frage. Ich sehe das mit der Beschneidung auch keine Ahnung, was das soll. Was kannst du zu Akkulaufset und zu den mitgelieferten AKG-Kopfhörern des Galaxy S8 sagen? Ähm, Akkulaufset hatten wir schon. AKG-Kopfhörer. Das sind diese hier. Das steht tatsächlich hinten AKG drauf und tatsächlich sind das die, die ich im Alltag immer benutze. Also, ähm, das sind keine AKG-Kopfhörer, sondern sie sind tuned by AKG. Ähm, bedeutet letzten Endes, dass AKG seinen Namen dafür hergibt und ein bisschen was im Hintergrund mitgespielt haben soll. Wie viel das ist, das kann ich euch nicht sagen. Ähm, ich mag aber, sie sitzen sehr gut im Ohr, ich mag den Sound und ich mag auch die Femme, die hat wirklich sehr, sehr geniale Druckpunkte. Gute Kopfhörer, aber nicht das Nonplusultra. Wow, lange nicht so gut durch, oder so lange durchgequatscht wie heute. Die Stimme ist es nicht mehr gewöhnt. Was sagst du zur Position des Fingerabdrucksensors beim Galaxy S8, King of Fun? Ähm, nicht gut gelungen. Ähm, Booms, Frage, gibt es beim S8 auch eine coole Art, das Handy anzuschalten, wie zum Beispiel beim LG G4 zweimal schnell aufs Display tippen? Ja, gibt es, dazu solltest du mein, ähm, Tipps und Tricks Video anschauen. Es reicht nämlich, wenn du so über das Display gehst. So, einfach nur, pfiuh. Vergleich mal bitte die Geschwindigkeit der beiden Fingerabdruckscanner, äh, die nehmen sich nicht viel. Verzeihung, die Stimme ist echt platt, gerade nach einer Stunde. Ähm, Sven Krause, also, wenn du dir richtig Zeit nehmen und einen aussagekräftigen Akkutest machen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Dabei meine ich deine legendären Akkutests 100 bis 0% und die Ladezeit von 0 auf 100. Einen davon habe ich schon, den anderen, wie gesagt, schwierig momentan. Patrick Kachel, Alltagstauglichkeit, Curved vs. normaler Bildschirm, Akkulaufschirm, Individualisierung, AK Software. Ähm, Alltagstauglichkeit ist bei beiden gegeben. Das G6 ist ein bisschen robuster und liegt sicherer an der Hand. Curved vs. normaler Bildschirm, ähm, bin ich beim normalen Bildschirm, weil man beim Curved einfach so an den Rändern, bevor es richtig rund wird, so leichte, boah, das ist fies zu sagen, leichte Verschleierung hat. Wisst ihr, was ich meine? Akkulaufzeit ungefähr gleich, G6 leicht vorne. Individualisierung, AK Software, da kann man bei beiden viel machen, beim G6 ein bisschen mehr. Letzter, letzter Kommentar, noch vier Fragen, was hat denn die bessere Akkulaufzeit, G6 oder S8? Haben wir schon. Welches von beiden hat denn den besser gelingenden Lautsprecher? Oh, da hatten wir noch gar nichts tatsächlich. Ähm, beide sind okay. okay, wirklich besser könnte der vom S8 sein, aber das nimmt sich nicht so viel. Was sagst du zu den Displays? Farben, Kontrast, etc. G6 natürlicher, weißer, natürlicher weiß auch, dunkler, als das G6, äh, als das S8, das deutlich heller ist, deutlich farbintensiver ähm, und mehr, boom. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Unterschiede der Kameras, welche hat mehr Vorteile, haben wir quasi auch schon besprochen. Puh, so, schauen wir mal. Ja, da sind wir gleich beim Stündchen angekommen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gegessen oder getrunken dabei. Ihr habt das Video vielleicht in Etappen gesehen oder am Stück. Auf jeden Fall interessiert mich, wer hat das bis hierhin durchgeschaut? Ähm, das wäre nämlich eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Ähm, wenn ihr das bis hierhin durchgeschaut habt, dann schreibt doch mal Hashtag schönen Sommer in die Kommentare. Ähm, dann weiß ich nämlich, dass da ein paar ziemlich, ziemlich coole Leute sind bei euch, die sich das wirklich anschauen, eine Stunde lang. Ich hoffe, ich habe alle Fragen ordentlich beantwortet. Ich hoffe, ihr mögt das Format. Ähm, und jetzt sagt mir doch mal, S8 oder G6, was gefällt euch besser? Das war's von mir und diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.